Musik Aber was meinst du, soll ich mir noch ne Waffe holen? Halt die Klasse Wieso denn? Weil ich was vom Spiel hören will und nicht dich Warum spielst du uns noch nicht alleine? Das ist eine gute Frage, warum spiel ich es eigentlich nicht alleine? Tja Ja, wann wollte mir die Frage doch Tja, das ist ne gute Frage Hier sind die Smokes, aber nein, die schaffen richtig coole Atmosphäre für das Gebiet Das arme Schwein muss uns heute Morgen erwischt haben Der Rumpf qualbt noch nach überlebenden Suchen Er hängt irgendwo fest Scheiße, Granaten! Scheiße! Scheiße! Junge, die immer mit ihren komischen Bayonetten Und du immer mit deinem Sterben, Junge Äh, ja, wenn die, wenn halt 10.000 Leute auf sich schießen, was soll ich da machen? Haltet sie zurück! Zurückschießen! Sind zu schlecht Aua Junge, stirbt doch Huch erwischt? Ich denke ja Ich habe auch auf ihn geschossen Ich glaube nicht, die platzieren Ladungen leicht Noch ein verdammter Hinterhalt! Wir sind überall! Aua Die Waffe geschätzt mir aber schon mal deutlich besser als die anderen alle Tannoy Högert! Wir sind zu spät Das ist der Weg! Wir sind für uns! Entgeß in den Bunkern da vorne Die Artillerie steht direkt davor Private, werfen sie eine Granate da rein Wo denn rein? Ich habe gerade keine Granaten mehr Los, los! Nee, die hast du alle schon auf Teammates geworfen Ja Ja Ich versuche sterben bitte Oh, ich habe auf den Sarge geschossen, das war vielleicht nicht so gut gerade Ich bin sowas von gefeuert Die und ich auch gerade Der sieht immer auch irgendwie so aus wie die Junge, du bist irgendwie so mega leise Deck mich mal kurz, ich muss dich mal kurz für Discord lauter stellen Ich dachte, du willst mich gar nicht hören Na doch Wenn ich schon so einen Spaß mit dem Chat habe, dann möchte ich ihn bitte auch hören Ach, jetzt auf einmal? Ja, jetzt auf einmal Also Dann widmen wir uns mit der wichtigsten Frage von allen Mehr Waffen, ja oder nein? Äh, bitte nicht Äh, Blackscreen und so Bin ich tot? Du hättest vielleicht nicht raustaben sollen Bin ich, bin ich tot? Du bist nicht hier bei mir Äh, Spiel Hallo? COD? Es sind nicht genug Spiele anwesend, um das Spiel fortzusetzen Okay, du bist ausgeflogen Neiiiin War schon eine gute Idee von dir Ja, ich, äh, ja Ja gut, ne Dann würde ich mal sagen, starten wir nochmal von vorne Seine Leiche wird schon bald zurück in die Staaten gebracht Oh, Junge Das arme Schwein muss uns heute Morgen erwischt haben Der Hund qualmt noch nach Überlebenden suchen Also, wir machen es anders Rumpeln mit dem Pass Alter, du gehst so auf die Eier, ganz im Ernst Haha, dann habe ich meinen Diener erreicht Finde ich gut Spastig Helmer Ich glaube, in der nächsten Mission mute ich dich einfach die ganze Zeit Hörer, Alter, du gehst auch nicht isso Du gehst nicht, Alter, du gehst nicht, Alter Das war eine Vollmer Und nein Hallo, sterben Ich glaub's nicht, die platzieren Ladungen am Leichten Noch ein verdammter Hinterhalt Wir sind zu spät. Das fünfte reißt denen schon den Arsch auf. Hey, hier war doch eine MP-100. Die Artillerie steht direkt davor. Ganz schön wenig Munition für das Ding. Werfen Sie eine Granate da rein. Los, Bewegung. Los, los. Warum hast du eigentlich keine Granate? Du hast doch bloß Rauchgranaten geworfen. Nee, die Normalen auch. Alles klar. Nice, gut, dass du gestorben bist. Spast. Hey, wir sind beide gestorben, du Trottel. Nö, bei mir stand nur Erl, du bist gestorben, Mission gescheitert. Aber bei mir stand dieses Wiederbeleben-Symbol von dir. Hä? Aber ich bin nicht gestorben, ich konnte mich danach noch bewegen. Ich war einfach nicht da bei der Decke. Hä, wie das aber auch aus dem Nichts einfach kam. Was ist das überhaupt passiert? Na, ich wurde von der Granate getötet. Ach so. Ja, du musst aufpassen, die können Granaten werfen. Ach was. Ja. Sack los. Ich will Männer auf beiden Pflanzen sehen. Schlagen Sie sich ein Weg los. Steht in Deckung. Lade nach. Wie sie immer am Granaten werfen sind. Wie ich nichts treffe. Ich schieß meine, ich schieß unsere Typen ab. Äh, bitte tu das nicht. Okay, das zwar auch... Er hätte ich gerade auch fast einen Verbündeten abgeschossen. Okay, Flammenwerfer. Aua! Warte, 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 warte ich nochmal Save-War? Kannst du das nicht? Save-War hast du nicht da irgendwas mal gesagt? Save-War ist sowas wie GTA. Ach so, okay. Spielt gerade irgendein Typ aus Team, den wir dann mit deinem Freundeslässt und das sehen. Hallo, stirbt bitte. Ist er tot? Ja. Mann, da will man einmal eine andere Waffe haben und dann ist hier keine. Hallo? Äh, sterben? So, jetzt. Oh, Granate. Ja, da bin ich auf die Typen geschmissen. Und dann wurde ich aber von den Typen geshörtet, weil die da einfach irgendwie zerbrennen sind. Und wie du aber auch immer am Abkratzen bist, Junge. Äh, ja. Was da los? Könnte ich genauso gut zu dir in CSGO sagen. Und sage ich auch in CSGO zu dir. Ja, deswegen sage ich es ja jetzt zu dir. Ein bisschen schneller! Ja. Und ich sage das, was du gesagt hast. Juck mich nicht. Feindliche Infanterie, komm näher! Ich fackel euch alle ab. Weiter so! Der Flugplatz ist eine Meile nördlich von hier! Dich fackel ich auch ab. Äh, friss Granate, du Kek. Die muss ich erst mal schnell weggürfen. Alter, wie die immer im Gras hocken, die Pisser. Ich habe nur einen Keul. Da unten, im Baum! Scheiße! Hast du ja nur einen Keul, hier liegen doch lauter Waffen. Ja, jetzt habe ich eine Bar. Oh, die Bar hier ist scheiße. Lass mal eine Bar aufmachen. Ja, wir machen eine Bar auf. Und wir nennen sie Puzzles. Puzzles! Warum heißt die Puzzles? Genau, das ist die Frage. Genau! Jetzt kriegen wir Copyright-Probleme. Ja, weil man das ja auch nicht einfach nur einfach wiederholen darf. Denn das darf man heutzutage nicht mehr. Darf man noch irgendwas? Ne, man darf gar nichts mehr, ne. Die Spiele, die wir gar nicht mehr gemacht haben, ist eigentlich auch mal egal. Aua, aua. Lass mich in Deckung gehen. Aua. Danke. Reisfresser? Das ist aber rassistisch, du. Noll. Und ich trinke nicht mehr, rassistisch. Mille, Wolonski, mir nach! Aua. Dann selber einer, die wir uns hier behalten. Bist du schon wieder tot? Die Granate hat mich einfach getötet. Mir nur da rumzappelt, Junge. Ich habe gar nicht durch Waffe gegessen. Da ist einfach eine Granate gekommen und habe mich getötet. Tja, deswegen sollte man vielleicht beim Zocken nicht fressen. Mille! Schnappen Sie sich diese Gewehrgranaten und jagen Sie den Bastard hoch! Ich kriege sie mal einen Flammenwerfer haben. Die dürfen sich nicht neu formieren. Okay, dann nicht. Aua, aua. Aua. So, wo ist die Gewehrgranate? Hier. Die kommen näher. Zurück damit! Die Liga Kaffee! Aua. Wo sind sie denn? Hier ist doch gar keiner. Feindliche Infanterie kommt leer! Hallo? Stirb? Danke. Wir haben es gleich. Weiter so. Noch ein Angriff und der Flugplatz gehört uns. Scheiße, das wird nicht einfach. Ist es nie. Aber wir schaffen das, Polonski, okay? Bewegung! Okay, ich glaube, den treffe ich von hier nicht. Oh, ich habe kein paar CPU-Auslastungsprobleme. Ach, du hast CPU-Auslastungsprobleme? Wie kommt es denn? Ja, bei mir ist ein Standard. Du hast die nur manchmal. Ja, ich habe sie bei dir. Ich habe sie, wenn die Elder Scrolls Online im Hintergrund an ist, ja. Ja, und ich habe sie zumindest nicht, wenn sie Elder Scrolls Online ist. Wow. Aber wenn Minecraft zweimal bei dir an ist. Ja. Wenn Forge dann die Mods klebt, ja. Was, ist das ein Panzer? Irgendwie so. Oh, hier ist eine Panzerfaust. Okay, eine Bazooka. Tut mir leid. Hey. Boom, fuck. Boom. Hey, wo ist denn der andere? Da ist er ja. Hast du mich erwischt? Ja, ja. Da ist noch einer. Oh, zack, Alter. Wie krass wir die alles zerfickt haben hier. Tja, mit einer Panzerfaust. Okay, Bazooka. Es tut mir leid. Können wir die Bazooka nicht behalten? Ja, kann. Kann man. Ey, weißt du, was wir... Weißt du, das bringt mich etwas, was wir unbedingt auch mal spielen möchten. Was denn? Bombs, ja, das ist auch ein geiles Spiel. Kennt, das kennst du, das kennst du, ne? Das ist eigentlich voll geil, wenn man das mit mehreren Mäuse, wenn man das mit mindestens zwei Leuten spielt. Ja, hab ich mir sogar schon überlegt, ob ich mir das kaufe, aber ich wollte es halt nicht kaufen, um es alleine zu spielen, weil alleine ist kacke. Ja, aber wir können uns ja kaufen, um es dann zu zweit zu spielen. Ja, dafür müsste ich mir nur noch mal eine 20-Euro-Karte holen. Aua, echt so viel kostet das noch? Ja, das mal guck, erst mal kugelig, wie das kostet. Nee, ich hab ja nur noch 30 Cent oder so. Ja, ich hab drei Cent. Aua, Junge. Aber ich könnte theoretisch meinen Vater fahren, ob er es mir holt. Ich würde mir auch einfach noch eine 20-Euro-Karte kaufen, wäre auch nicht so das Problem. Ja, würde ich auch machen. Ich kriege ja bei einem Übermaunt sowieso Geld. Achtung, Granate! Granate, Granate, Leckung. Aber das wäre wirklich noch mal ein richtig cooles Spiel, was ich unbedingt auch mal gerne so auf dem PT hätte spielen wollen. Ja, klar, können wir ja gucken. Wir müssen ja nicht unbedingt das Neueste nehmen, dann gibt es ja bestimmt auch eins für drei Euro oder so. Joa, müsste passen, aber wie will ich denn drei Euro? Du kannst ja nicht nur drei Euro aufladen, das heißt, dann müsste man sich für das denn gesetzliche Geld noch andere Sachen kaufen. Äh, ja. Ich hab noch ein paar Sachen auf der Wunschliste, so ist nicht. Spiele habe ich keine, aber du weißt doch, was ich mir dann sonst von dem Geld wahrscheinlich kaufen. Ja, es geht nicht. Wenn das Geld zwangsweise noch übrig ist und ich damit nicht weiter anfangen kann, dann ja. Aua. Stirbt doch. Und wie geht deine Lautstärke schon wieder so ein bisschen runter hier? Ja, diese, diese. Entweder ist das Spiel einfach nur zu laut oder du bist einfach zu leise. Oder beides. Oder beides. Und dann ist das noch ein bisschen weg. Was? succeed. Die postpone deckung. Das ist doch schnell eine Deco. Beide Schlager. Garnate. Garnate. Also zu letztem, bevor wir noch weitere Flugzeuge verlieren. Das heißt drauf, ich gehe da jetzt mit den Peer rein. Das mach ich auch. Oh Gott. Äh, Loi. Loi! Ich baller dich weg, wo bist du? Ich steh hinter dir. Äh, wo denn? Hey, Loi, du liegst ja hier! Ich liege unter dir! Verdammt, dich kann ich nicht abknallen, ne? Naja, egal. Verdammte Scheiße! Oh! Au! Äh... Ich glaub ich hab ein Problem. Außer allem, gell? Warte auf mich, mein Pionier! Kommst du noch? Äh, ich glaub ich bleib einfach hier liegen. Der Krieg ist nix für mich, ich bleib einfach hier. Ja, dann mach mal. Willst du wohl nicht auf mich schießen, du Bastard? Hehehehe. Ich trete noch auf dem, der am Boden liegt. Loi. Hm, du hast mich wohl ein bisschen zu lange am Boden liegen lassen. Nein, nein. Du hast nicht gesagt, dass es dafür nen Countdown gibt. Oh, Loi! 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 Oh, wollt ihr vielleicht doch mal durch das MG sterben? Oh, wo zum Teufel sind diese ganzen Verstärkungen hergekommen? Sie laufen mit Panzern an! Loi! 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 Das sind ein paar viele. Oh Gott, Panzer! Loi! Loi! Sie nehmen Position auf dem Throne ein. Feindliches Maschinengewehr! Lees sind schlimm. Ah, hier kann ich mich noch reinsetzen! Hey Junge, die haben einen Panzer. Loi! Maschinengewehr! Loi! Loi! Aua, Aua! Ich bin tot. Ach nö! Feindliches MG! Hey, ich saß hier drauf und sie haben mich trotzdem einfach getötet. Teufel! aber ja ich bin ich dann gleich wieder er wird ja ja wir sehen uns da drauf aber ich sterbe selber gleich fuck auch du bist so blöd du warum setzt du dich denn darauf wenn ich gesagt habe dass ich darauf gestorben bin na wir müssen ja darauf um die Panzer zu zerstören ja aber kannst du mich gleich vorher wiederbelebt nö ja Spaß denn siehst du was er gebraucht hat und der Kack hier ist schon wieder leer Aua! Wo ist denn der scheiß Panzer? Wo ist denn der Panzer? okay ich muss erst mal entdecken ich glaube hier bringt mir das nicht so viel oder? wenn ich jetzt hier sitze FUCH! FUCH! okay ein Panzer habe ich erledigt aber ich bin am Verbluten also du könntest mich einmal wiederbeleben ja warte fährst du mich mal auf fährst du mich mal auf FUCH! 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 FUCH!